Die irische Hauptstadt Dublin lockt mit über 750 Pubs, die im Schnitt jüngste Bevölkerung in Europa und einer aufregenden Kunst- und Musikszene. Nina Mogada mischt sich unter die 600.000 Einwohner, wie die anderen 6 Millionen Touristen im Jahr. Na komm, dann mach mal jetzt ein Kunststück. Die Stadt eignet sich ideal für einen Kurztrip, da man sie in knapp 2 Stunden schon ab 40 Euro, z.B. aus Frankfurt am Main erreicht. Rund 200 Hotels warten auf die Touristen. Und was man so alles erleben kann, zeigt der Promi-City-Trip Dublin. Tag 2 von Ninas Dublin-Trip beginnt am Fluss Liffey, der mit 132 km Länge nur auf Platz 8 der längsten Flüsse Irlands ist. Hier stärkt sie sich fix, denn jetzt steht eine Tour mit dem Kanu an. Ist das gefährlich? Nee, ne? Fall auch nicht ins Wasser, ne? Weil ich glaube, das ist echt kalt. Im April liegt die Temperatur in Dublin bei rund 4 bis 13 Grad. Im Wasser sind es nur maximal 10 Grad. Boots-Tour-Vereinstalter Jonathan ist aber vorbereitet. Es gibt wasserfeste Klamotten für Nina und ihren Aufnahmeleiter, Henny. Ja, ist zu warm. Kannst du mir die Kette zumachen? Ja, wie denn? 38 Euro pro Person kosten 2 Stunden Kanufahrt auf dem Fluss. Hör mal auf, so zu wackeln. Henny! Einmal aus dem Hafenbecken raus entdecken die zwei die interessante City und ihre 24 teils weltberühmten Brücken. Die 200 Jahre alte Half Penny Bridge nutzen täglich ca. 30.000 Dubliner und Touristen. Und sie gilt als Wahrzeichen der City. Okay, links, rechts, links, rechts, links. Okay, du sagst doch nicht mal. Was die 43-Jährige vom Wasser aus bereits entdeckt hat. Die schon im 9. Jahrhundert gegründete Stadt strahlt überall den Mix aus Historie und Moderne aus. Besonders erleben kann man das am Grand Canal Dock, wo sich Weltkonzerne wie Google, Airbnb oder Facebook angesiedelt haben. Ich finde das ganz schön. Mit dem Wasser, das macht was aus. Und das mit den Hausbooten finde ich auch ganz schön. Kommt man da hin? Und tatsächlich klappt es. Tiron öffnet uns die Tür. Hi! Hi, nice to meet you. I'm Nina from German Television. Ich bin Nina vom Deutschen Fernsehen. Hi! Can we come in? Yep, cool, thank you. Der Universitätsangestellte Tiron lebt hier seit sieben Jahren und das aus gutem Grund. Es ist unfassbar günstig. Sehr günstig im Vergleich. Was kostet so ein Hausboot im Monat? Sie haben die Preise gerade erhöht. Man zahlt pro Steg. Früher waren es mal ein paar hundert Euro im Jahr. Jetzt sind es 8.000, 9.000. Aber fürs ganze Jahr geht's? Das ist echt gut. Eine gewöhnliche Wohnung in Dublin wäre viel teurer. Für unter 2.000 Euro kalt im Monat ist im Dubliner Wohnungsmarkt keine Einzimmerwohnung zu kriegen. Da sich die Preise in den letzten zehn Jahren verdoppelt haben, ist auch Mitbewohner Kenan froh über seine günstigere Hausboot-WG. Es ist ein Chaos, aber kommt rein. Unter Deck ist es wirklich sehr eng, aber immerhin wohnen hier auch drei Kerle, die trotzdem genug Platz für Partys haben. Wie viele Menschen sind erlaubt auf dem Boot? Wir hatten hier schon so 30. Wenn man den Tisch ausnimmt, hat man mehr Platz. Mit so 30 Leuten hier Party, kann man machen. So chillig es auf dem Boot auch ist, für Nina geht es jetzt zurück in die historische Stadt, zur Statue von Oscar Wilde, Dublins berühmten Schriftsteller. Und da ist sie nicht allein. Sie sind gerade aus dem Bus gesportet, nur um ein Foto zu machen? Wovon? What is there? Oscar Wilde. Okay. Also da rennt die jetzt und springt aus dem Bus raus, um ganz schnell ein Foto von Oscar Wilde zu machen. Ja, so sind die amerikanischen Touristen. Alle schnell mitnehmen. Franzosen sind da schon gechillter. Wisst ihr, wer das ist? Yes, that's Oscar Wilde. Und wer war er? Er war ein irischer Schriftsteller und schrieb das Bildnis des Dorian Gray. Eines der berühmtesten Werke irischer Literatur aus dem Jahr 1890. Und was kann die französische Reisegruppe sonst an Dublin empfehlen? Ich mag die Stimmung der Stadt und der Leute. Alternativ zum Hop-on-Hop-off-Bus geht es für Nina mit ihrem Team jetzt mit dem umgebauten T-Bus durch die City. Hi, Anna. Oben an Tisch 12 zeigt euch jemand die Plätze. Den Bus kann man online buchen für rund 50 Euro pro Person. Dafür gibt es Tee, was zu essen und zwei Stunden Fahrt durch die Stadt. Ich find das voll niedlich. Ich find's mega. Guck mal, wie süß. Und das nicht nur optisch. Tut mir so leid, es schmeckt echt gut. Der Bus ist aus dem Jahr 1960. Die Teller sind alle rutschfest. Tee gibt's wegen Verbrennungsgefahr nur mit Deckel. Für Nina geht es mit dem T-Time-Bus in das Tempelbar-Viertel. Die war süß, die war voll süß. Das hat Spaß gemacht. Das ist total gemütlich da oben. Schöne Plätze, lecker gegessen, Teechen getrunken, ein bisschen was von der Stadt gesehen. Das ist doch meine Empfehlung. Statt Tee gibt es hier ganz viel Drinks, Musik und gute Laune. Und das bereits mittags. Wenn freitags die Paps hier schon um zwölf mittags aufmachen, ne? Wir hatten unseren ersten Drink heute Morgen um 5 Uhr, als wir am Flughafen ankamen. Woher seid ihr? London. Ihr seid auf Mädels-Trip? Wir sind ein Junggesellinnenabschied. Da ist die Braut. Ja, die Paps in der City von Dublin haben schon mittags geöffnet. Und die gute Laune und Party zieht sich hier durch. Doch hinter mancher Tür wartet dann doch plötzlich Ruhe. Oh, Geheimgang gefunden. Komm, es geht noch weiter. Und plötzlich steht Nina mitten in einer Whisky-Bar. Es ist zu ruhig hier. Es ist viel leiser hier. Wie kommt's? Gehen die lauten Menschen alle darüber zum Bier und die Whisky-Bar ist? Wir neigen dazu, hier leiser zu sein. Kann manchmal vielleicht auch darin liegen, dass es einem bei den Preisen die Sprache verschlägt. Der kostet 500 Euro pro Shot. Ja, sehr teuer. 500 Euro für so'n Shot. Nee, das ist eher noch weniger, Nina. Hattest du schon mal einen Schluck davon? Nee, hatte ich noch nicht. Der teure Tropfen kommt aus Japan und ist allein deshalb schon kostspielig. Die Gäste von Dara kommen aber auch nicht für die Party in sein Fachgeschäft. Sie kommen eher für die Whiskys. Wir sind eine kommunikative Bar. Sie kommen, sitzen, quatschen und können sich tatsächlich verstehen, was schön ist. Wie viele verschiedene Whiskys er hier im Angebot hat, weiß der junge Mann selbst nicht genau. Vielleicht aber weiß er ja etwas in und um Dublin, das Nina auf jeden Fall sehen muss. Kannst du was empfehlen, wo du sagst, da solltest du hin? Äh, Hoth, das etwas nördlicher liegt, ist ein süßes Fischerdörfchen mit tollen Fisch and Chips. Die 43-Jährige und ihr Kamerateam fahren mit dem Auto knapp 30 Minuten zu dem Geheimtipp. Mit dem Zug braucht's aber genauso lange. Der Ort Hoth liegt tatsächlich malerisch und erst mal denkt man, hier allein zu sein. Doch dann... Da ist eine Robbe. Oh, ich will mit der schwimmen. Nein, 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 geh nicht weg. Tatsächlich können Robben angriffslustig und aggressiv mit ihren scharfen Zähnen sein. Es sind Raubtiere. Nina füttert sie trotzdem. Na komm, dann mach mal jetzt ein Kunststück. Na, sehr gut. Fötchen. Guck mal, der macht wirklich was. Kegelrobben können bis zu 40 Jahre alt werden. Jetzt ist es aber Zeit für Ninas Fisch. Der Whisky-Mann hat gesagt, ich soll hier Fisch und Chips essen gehen, hat uns diesen Laden hier empfohlen. Und da wir jetzt hier sind, würde ich sagen, essen wir was. Ich hab nämlich auch wieder Hunger. Doch so richtig Restaurant ist das nicht. Da ist Nina jetzt 30 Minuten in eine Imbissbude gefahren. Aber vielleicht ist das ja typisch. Ich glaub schon. Ich glaub, Fisch und Chips ist so ein Mitnehmen-Essen. Weißt du, so wie bei uns der Döner mal eben auf die Hand. Fisch und Chips, is that like a to-go-food? Im Sommer nimmt man es mit zum Strand. Und wo wollt ihr das essen? On the pier. Darf ich dazu kommen? Wenn Sie wollen. Katies und Sophies Fisch und Chips sind schon mal fertig. Man sieht sich an der Seebrücke. I'm gonna join you at the pier. Doch Ninas Portion lässt auf sich warten. Dass sich das Warten aber lohnt, dafür birgt das Lokal mit seiner über 75 Jahre langen Geschichte. Das war ein Russe, der hier mit einer Flotte rüber gesegelt ist und den ersten Laden eröffnet hat. Und dann hat sein Sohn, Ivans Sohn, Anthony, mit seiner Frau das weitergemacht. In dem 8400-Seelen-Ort Hoth ist der Laden eine Institution, auf die Verlass ist. Als Ninas Fisch dann fertig ist, ist aber auch auf das typische irische Küstenwetter wieder Verlass. Es regnet. Nichts also mit Fisch und Chips am Pier. Es regnet, das ist doch jetzt nicht Pierwetter. Der Stehtisch muss herhalten, draußen ist es zu ungemütlich. Lecker. Doch lange bleibt das schlechte Wetter nicht, sodass auch die Moderatorin weiter kann. Und dem Fisch-Imbiss hat sie einen Tipp bekommen, den nicht jeder kriegt. Wenn du hier mit den Leuten sprichst, dann erzählen die ja auch sehr viel. Die Dubländer sind ja sehr, sehr offen und die haben erzählt, dass das so ein Geheimgang ist. Den darf man auch lang gehen und dann kommt man wohl unten ganz toll am Wasser raus. Sollen wir das machen? Aber es sieht schon ein bisschen gruselig aus. Aber ihr kommt auch mit, ne? Ich glaube, wir ziehen nicht alleine. Fangen so nicht auch immer die Gruselfirma an? Etwa 10 Minuten läuft Nina den geheimen Weg entlang zur Küste. Vertrauenswürdiger wird dieser aber auch später nicht. Ich hoffe, das lohnt sich. Unten am Meer angekommen, tut es das allemal. Der Sonnenuntergang über der irischen See ist der eindrucksvolle Abschluss eines abwechslungsreichen Trips. Nina hat in zwei Tagen Dublin, die Stadt mit allen Sinnen aufgesogen. Und was trotzdem das hier eines Tages wiederkommt, in die aufregende Hauptstadt Irlands. Die Stadt ist der und ähnliche, in die Stadt, in der 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 Stadt ist der Stadt. Vielen Dank.